ok so system überblick ich habe noch ein paar teile geholt und ich mache jetzt ein bisschen show and tell es geht jetzt auch wirklich nur darum so ein bisschen sich mal zurecht zu finden in der hf technik was da alles wo reingehört oder was nicht und eigentlich möchte ich mal kurz zeigen wie so ein hf system überhaupt aussehen kann die haupt blöcke mal einführen die sind im radar wie im betragungssystem ähnlich wenn sie über den analog hf teil sprechen einfach mal sagen worauf so ein bisschen ankommt und hier den roten faden eigentlich legen durch den kurs durch also wenn wir uns dann hinterher in die details der antenne verlieren das werden wir schon noch tun wenn ich dann sollen sie wissen wissen wo die antenne angeschlossen wird und warum man das macht und wenn wir uns in die stabilitätsbetrachtung eines verstärkers verlieren was wir auch tun werden weil ich dann sollten sie wissen wo der eigentlich hingehört und warum man das tut also ich mache jetzt eigentlich mal so den fangkuchen und das tiefbohren kommt dann später noch mal so also so sieht ein typisches übertragungssystem aus ich glaube über dieses bild erzähle ich eine menge und zeige dabei dann ganz einfach also wir haben irgendwie den anschluss hier auf der linken seite ich fange einfach mal links an die antenne das ist jetzt als antenne ausgeführt das kann auch einfach ein anschluss sein also ein kabelanschluss hier auch wenn da jetzt antenne steht aber auch wenn sie jetzt zum beispiel eine 100 gigabit übertragungstechnik oder sowas vor sich haben da dann ist das ist diese antenne wenn es die empfangs richtung ist keine antenne sondern das ist eine fotodiode die antenne steht symbolisch dafür und wenn es die senderichtung ist es ein laser und keine antenne wenn sie jetzt über ein handy nachdenken ist es natürlich die antenne so was haben wir an antenne da gibt es ja ganz verschiedene geschmacks richtungen wir haben hier mal so ein paar mitgebracht das hier ich habe sie noch nicht aufgeschraubt ist eine mts steht so drauf da unten irgendwo da die macht 790 bis 960 megahertz 1710 bis 2690 so also im prinzip zwei bänder niederfrequentes band sub-gigahertz band und dann über gigahertz band sub gigahertz ist die typische 2g also gsm übertragung und die darüber ist schon fertig bis lte also dritte generation gmts und vierte generation lte kann das ding machen so man sieht nicht viel davon weil ich es noch nicht aufgeschraubt habe das wollte ich irgendwann noch mal machen eigentlich hätte ich überlegt ob ich studienarbeit raus mache ich dann gelassen finden sie auch wenn sie aus dem fenster gucken oben hängen die dinger auch am mast die sind jetzt rückgebaut worden man kann die hier so ein bisschen neigen so ist das gedacht weil sie wollen ja nicht gleichmäßig nach oben wie nach unten abstrahlen es reicht ja den erdboden zu bestrahlen weil die allermeisten nutzer von ihnen des dienstes sind ja auf dem erdboden die wenigsten punkten also es gibt wesentlich weniger handy nutzer im fesselballon als auf der erde das der hintergrund so warum ist das ding so lang was würden sie sich wenn sie mobilfunkbetreiber sind für eine antennenkeule wünschen für eine strahlungscharakteristik also wo soll das ding hinstrahlen also in diese richtung hier bereit aber in die richtung nicht sie wollen nicht nach oben funken weil auf dem maß und im fesselballon sind also wenig nutzer sie wollen möglichst flach über die erde rüber damit sie das hinkriegen bündeln sie den strahl mit einem gewinn von 10 11 db über dem erdboden das machen sie mit dieser großen ausdehnung je länger die antenne ist in der richtung desto stärker bündelt sie das ist so ein bisschen kontrointuitiv insbesondere wenn wir zum beispiel bei den mautstationen mal gucken da gibt es auch diese horn antennen da irgendwo dran hängen und die sehen irgendwie so aus als würden die so nur bündeln direkt unter der antenne aber in der breite breitstrahlen genau das gegenteil ist der fall hier eben auch also das bündelt hier in der vertikalen richtung ziemlich gut und es soll wohl so eine 60 grad polarisation 60 grad öffnungswinkel haben hier 120 grad öffnungswinkel haben hier in dieser richtung 120 warum weil dreimal 120 360 also im vollkreis ergibt und sie könnten also von einem ort drei richtungen drei zellen aufbauen so mal gucken hat er das hier auch steht das irgendwie drauf 60 65 grad genau 0 bis 16 2 genau tilt gut so dann also ist eine relativ große antenne dann habe ich ihnen hier noch ein bisschen was mitgebracht annehmen doch das hier dann kann man seine seite stellen hinterher das ist eine typische messantenne eigentlich funktioniert das ding genauso wie so eine autoradio antenne so als dipol na ja autoradio ist mehr monopol und zwar können sie die relativ langen wellen also die hochfrequente die niederfrequente signale mit im prinzip mit der großen struktur erfahren erfahren empfangen das ganze beginnt hier bei 200 megahertz und die hochfrequenten anteil empfangen sie hier mit den kleinen strukturen so dass das eben in sich eine es nennt sich logarithmisch periodische antenne so dass das ganze in sich eine sehr breitbandige struktur wird und das ist was was sie für mv messung oder finden der messtechnik gerne brauchen da wollen sie eine an der wollen sie nicht für jede einzelne frequenzen neue antenne verwenden sondern wollen sie eine antenne haben die das ganze band überstrahlt um halb zwölf schneiden natürlich nicht raus wo waren wir jetzt also sie wollen eine struktur für messtechnische zwecke eine struktur haben die alle die ganze breite bedient das ist einfach viel einfacher so holz ding übrigens weil dieses holz das fällt am wenigsten stört und wenn da auch noch ein bisschen durch die feuchtigkeit auch noch ein bisschen dämpfende wirkung hat so dass da auch keine reflektionen auftreten andere antenne hier noch übrigens auch bei stromausfall funktioniert dieses ding hier noch sie könnten ja das geht auch sie könnten ja das wird man wahrscheinlich mehr sehen sie können ja auch trommeln das ist diese salatschüssel übrigens für 18 gigahertz da ausgedacht das ist diese salatschüssel die sie so als richtfunkverbindung vielleicht mal sehen neben so einer antenne die da auf dem boden liegt ja was ist drin wie ist das aufgebaut lärm so das ist das riecht doch noch so schön also man würde es vielleicht doch bei der party nicht verwenden weil es stinkt echt ein bisschen also das ist ein parabol also ist kein halbkreis sondern eben wirklich ein eine parabel in jeder richtung ausgeführt und die sie kennen ja sicherlich den parabol spiegel aus der ja ist die technik aus der optik also das wird dazu führen dass der strahl gebündelt wird in den fokuspunkt der fokuspunkt ist hier vorne in dem fokuspunkt wird hier hier raus von hinten das signal eingespeist wenn sie es als sender antenne betrachten hier raus und dann gegen diese platte gestrahlt von innen und dann da verteilt auf den parabol und dann gebündelt und das parallel strahl nach außen zu gehen so solche antennen haben eine sehr hohe richtwirkung das heißt die bündeln die ausgestrahlte energie sehr gut können sie ausprobieren wenn sie hier in das ding rein sprechen müssten sie eigentlich ganz gut hören können wie also hier auch meine sprache sich anders verteilt da natürlich nicht so möchte ich mal anfassen na gut was haben wir noch für antennen hier kann ich mal eine zeige die gebe ich dann auch rum das ist hier ein neues amplifier den ich gleich auch noch mal groß zeigen werde hier eine antenne das ist einfach nur ein das ist im prinzip rund holleiter hier innen drin wenn sie rein gucken ich kann man das sogar hier sehen wenn sie da rein gucken dann sieht man da so kleine stümmelchen drin also so drei draht enden ich gibt es herum und das sind eigentlich die pol antennen also kleine antennen hier drin die erstmal nur die welle in diesem rund holleiter hier anregen und hier vorne wird das dann so langsam über diese struktur optimal rausgestrahlt eben nicht gestrahlt sondern umgekehrt ich die welle die hier empfangen wird kommt wird hier reingeführt und wird dann an den kleinen drähtchen hier abgenommen um auf die schaltung zu kommen davor ist aber ja noch die normale satelliten schüssel also wieder ein parabol oder irgendwie ein teil eines paraboles der die elektromagnetische welle vom satelliten empfängt und dann eben hier drauf bringt so was haben wir noch für antennen eine hatte ich ja schon gezeigt hier finde ich das muss erst mal reichen aber wir werden ja über die als erst die antenne auch noch im detail sprechen gut so dann der duplexer oder manchmal auch die plexer genannt hier was sie zwingend machen müssen ist sie müssen zwingend irgendwie sender und empfangszweig trennen kann man auf ganz verschiedene art und weisen tun man kann eine box nehmen in dem das irgendwie auf mystische art und weise getrennt wird man kann das über die frequenz tun oder man kann einfach umschalten oder wenn wir mal bei einer optischen übertragungstechnik bleiben da haben sie einfach zwei wege da haben sie einen sende kabel und ein empfangskabel oder auch beim ethernet wenn sie das als kommunikationssystem betrachten da haben sie kommt auf den standard natürlich darauf an da haben sie ein adernpaar für rx ein adernpaar für tx das heißt diesen gemeinsamen punkt gibt es eigentlich gar nicht wenn ich hier aufgeführt habe sie können es über den ort respektive die leitung trennen sie können umschalten das ist so dieses normale sprechfunk so over hand von der taste der frequenz kommt der andere dran dann ist einfach nur ein schalter da der es anders macht gsm beispielsweise funktioniert so bei gsm geht kein kontinuierlicher strom von daten raus und das wird gehackt und der schaltet oben zwischen senden und empfangen das merken sie nicht und das wird ihnen dann hinterher wieder als totales wechsel sprechen und so zusammengesetzt und diese lücken hören sie natürlich nicht weil da der datenstrom auch nachgearbeitet wird und sowas aber im prinzip funktioniert gsm aus einer kombination von umschalten zwischen senden und empfangen und das ganze auch noch und da kommen wir zum punkt unterschiedliche frequenzen zu tun das wäre ja auch eine variante sie senden und empfangen auf unterschiedlichen frequenzen auch das geht so wie beispielsweise hier gezeigt mit so einem filter kann man das dann frequenz mäßig trennen auch das ist hier eben das gegenstück das unter dieser antenne hier dann irgendwann kommt da hat man eben hier einen tx anschluss mit dem rx0 also anfall und einen rx1 anschluss da geht es an die antenne so das ist antennenseitig nach oben also jetzt für einer die antenne halten würde würde das gehen das heißt sie hätten also hier zwei empfangs antennen eine sende antenne das macht man das kann man machen wenn man die 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 empfangs qualität etwas verbessern möchte dass man eben zum beispiel dann wenn die im allereinfachsten fall wenn die rx0 antenne schlecht empfängt dann würde man umschalten auf die rx1 antenne das kann man elektronisch machen so und dann hat man da unten drunter so eine filterstruktur kommen hier vielleicht falle hier gleich kommen hier vielleicht auch sehen da werden uns nicht im detail mit auseinandersetzen wie das jetzt wirklich funktioniert hier ist der mutmaßlich das ist der tx anschluss das heißt also diese einzelnen topfkreise hier sind resonant und aufeinander abgestimmt mit vielen vielen schräublein halt andersrum das heißt da sitzt dann tatsächlich einer im werk im zweifel hat ein messgerät vor sich und dreht es an den schräublein so lange bis die die filtercharakteristik rauskommt die man gerne haben möchte und die man gerne verkaufen möchte das ist aufwendig das ist teuer deswegen möchte man die dinge eigentlich eher loswerden und eigentlich eher nicht also man macht das nicht weil einem spaß macht sondern weil man das wirklich braucht so und hat mir eben hier den tx zweig schmalbandig und hier über hier zweigt man da eben das rx signal einmal ab und das andere und ein anderes rx signal auch noch mal gefiltert hier raus so dass man dann hier unten wenn die anschlüsse dann da sind da und da die rx also den empfangszweig empfänger anschließen könnte und hier den sender ja warum nimmt man sowas also aus zwei gründen zum einen muss das natürlich relativ viel leistung ab können so eine basisstation kann bis zu 200 watt also da will man nicht ja da braucht man was was eben auch die leistung aushält und smd bauteile sind das eher nicht das eine dann möchte man zum anderen natürlich eine möglichst hohe güte haben also man möchte nicht teuer 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 leistung erzeugt haben nur damit die dann in so einer filterstruktur irgendwo zur hälfte wieder vernichtet wird eine wärme umgesetzt wird sondern möchte man sich was überlegen was eben mit ganz ganz wenig dämpfung vielleicht einem oder halben db oder so auch in der lage ist das signal zu formen also zu filtern und unnötige aussendungen loszuwerten also gesetze einzuhalten und eben trotz ja und dem trotzdem nicht viel verlust machen so und das schafft man eben dann nur mit solchen kamera strukturen und hohleiter strukturen so ja das ist der punkt hierzu und jeder einzelne kreis wie gesagt muss abgestimmt werden sie kann es auch mir geben dann gebe ich dann weiter müssen sie nicht wenn sie das nicht wollen okay so und dann müssen wir uns natürlich gedanken machen wie geht es denn da jetzt weiter oder wo kommt das signal her und wo will das signal wo will das signal weiterhin das heißt wir arbeiten hier mit einem lna und einem pa der eine steht hierfür power amplifier und der andere steht für low noise das ist der da und das sind eben kleine empfänger sender strukturen ich habe ja auch mal ein bisschen was mitgebracht wo ist denn ach da ist schon wieder da gut also hier haben wir dinge die r für hohe leistung ausgelegt sind da da das sind also die großen feld effekt transistoren hier die für hohe leistungen und hohe leistungen ausgelegt sind und dann sehen das ganze findet man hier auch noch mal und hier sehen sie entsprechend kleine strukturen hier geht es ja um diese kleinen signale die vom fernsehtatelliten gekommen sind die hier eben damit verstärkt werden sollen das gebe ich ihnen auch mal in die hand dann haben sie mal sowas in hand gehabt das metall da unten drunter ist übrigens wirklich zur kühlung auch da damit das nicht zu heiß wird ok da haben wir ein mischer das ist jetzt immer weniger zu zeigen auf den gehe ich gleich auch noch mal kurz ein aber anhand von bildern dann gibt es so was wie eine automatic gain control oder wie überhaupt ein gain control also das sind hier ein regelbarer verstärker an der stelle der dafür da ist die ausgangsleistung zu steuern beziehungsweise hier die eingangs verstärkung einzustellen so dass sie eben immer mit dem gleichen pegel arbeiten können oder mit einem sinnvollen pegel arbeiten können und dann geht es in den bereich hier der digitalen signalverarbeitung das heißt sie werden hier die signale an der stelle hier analog digital wandeln hier und zwar in zwei fall zwei phasen einmal werden sie letztlich das signal das auf den sinus auf moduliert würde runter mischen und einmal das auf dem cosinus moduliert wurde das ist was wir im nächsten semester tatsächlich lernen werden in die iq modulation und dann werden sie die getrennt hier sie in den digital digital teil reinbringen hier da und dann da digital verarbeiten und diese richtung hier für den sendezweig entsprechend andersrum gut antenne haben wir was zu gesagt ich habe hier noch ein paar bilder für sie aufgeführt damit sie auch ein bisschen über das hinaus was ich hier eben gezeigt habe noch was sehen einmal hier so ein antennenfeld da das ist eine antenne die also da sie sehen normalerweise nur diesen fußball hier oben drüber weil dieses radom das ist aber nur dazu da damit sich da keine vögel einnisten und damit da kein 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 direkt oder sowas dran kommt also schutz vor umwelteinflüssen die eigentliche antenne ist hier unten die da und das sind eigentlich antennen elemente kleinere elemente die für sich strahlen wenn man die richtig ansteuert dann kann man mit dieser antenne eben auch den strahl eben meinetwegen so lenken oder so lenken und so lenken so dass man nicht die ganze antenne die mechanik steuern muss oder lenken muss sondern dass man einfach die antenne den antennen richtung in die die guckt oder strahlt sondern das elektronisch fahren kann gut die radioastronomie hier haben wir wieder ein parabol haben sie schon gesehen diese geschichten hier kennen sie wahrscheinlich noch die meisten von früher also das werden sie heute noch haben die satellitenschüssel das oben drüber fernsehantennen für terrestrischen fernsehempfang mit dvbt wieder interessant geworden aber das analoge fernsehen ist ja eigentlich weg heutzutage aber das ding hatte ich ihnen schon gezeigt hier da hier ist es nur für zwei polarisation ich habe es hier halt nur für eine polarisation dieses ist eine wlan antenne und was sich dahinter verbirgt ist eigentlich das gleiche nur skaliert wie das also werden wir kennenlernen ja geht schon mal andere farbe nehmen blau auf blau ist schlecht oder so so da drin das hier ist für mehrere hundert megahertz und das hier ist für 2,2,4 gigahertz ausgelegt und sie sehen da nur dass auch da nur wieder den schutz aber da drin ist eben so eine jahre gegen der antenne versteckt na gut so dann haben wir hier jetzt noch kurzwellen mittelwellen und langwellen sender das sind jetzt richtige das sind bauten nicht mehr nur kleine antennen die man sogar noch tragen kann oder so und das sind echt richtig bauten masten mit der 77,5 kilohertz sender von wer ich später noch ein paar bilder zeigen hat eine höhe von 200 meter so und da können sie dann eben die großen die niederfrequenten signale ganz wunderbar mit abstrahlen oder empfangen dieses hier könnte eine struktur sein das ist aber nur was experimentelles eine struktur sein aus dem automotive radar für 77 gigahertz so sie sehen die einzelnen elemente hier das sind nichts weiter als irgendwelche platinen strukturen die für sich optimal ausgestattet sind damit die abstrahlen und die werden jetzt hier beim speisenetzwerk also über irgendwelche leitungen sowie hier zum beispiel angesteuert und phasen richtig angesteuert so dass sich dann daraus eine gebündelte strahlung ergibt die antenne als solche hat vielleicht insgesamt eine größe wie eine tafel schokolade und hat öffnungswinkel von wenigen grad also einstellige gradzahl und diese einzelne struktur hier wird so in der größenordnung was soll das denn jetzt in der größenordnung einer halben wellenlänge sein so das heißt also die kann im millimeterbereich liegen ja hier habe ich ihnen diesen satelliten empfänger mal auseinander genommen und den empfänger da mal einzeln gezeigt hier haben die sogenannte high electron mobility transistoren also hemmts also nicht wie hemd und hose sondern mit hemd mit t dieses hier da an der stelle und der stelle ist das was sie gesehen haben das sind die kleinen drahtstümmelchen drin die sie in dem in dem hohleiter gesehen haben die werden da angeschlossen so und dann kommt hier eine erste verstärkungsstruktur die dann hier zusammengeführt wird so was sieht man hier man sieht hier dass diese leitung a dick ist wieder dran kommt da das sieht erstaunlich dick aus und wenn ich ihnen sage das hat nichts mit leistung zu tun sondern geht es einfach nur darum dass da ein paar nanowatt wenn es überhaupt so viel ist verstärkt werden soll fragen sich warum ist die leitung so dick na die leitung ist deswegen so dick weil sie passenden wellenwiderstand haben müssen also die leistung muss ihre richtige charakteristische impedance ist bestimmt schon begriff muss die richtige charakteristische impedance haben und dann muss sie ebenso dick sein so punkt ist es halt zudem haben sie hier noch so dicke enden das da zum beispiel das sind auch leitung stückchen und zwar sind das leitung stück die dazu dienen die impedance zu transformieren damit sie wirklich anpassung hinkriegen also im prinzip ist das hier jetzt so was wie ein parallel geschaltetes blindelement so ein parallel geschaltetes c oder x wie man das vielleicht aus der anpassung vom zweiten semester oder so noch kennt so das geht hier weiter in die weiteren verstärker stufen da sehen sie dasselbe noch mal hier zum beispiel oder da etwas kleiner da da auch hier kommt noch ein verstärker da da dasselbe wieder also hier die anpass elemente zwischendurch ein koppel c damit die die sie mäßig entkoppelt sind und dann kommen sie auf was ganz komisches das sieht ja aus hier wie eine ganz komisch gebogene leitung da immer wieder so so u-förmig wo ich das hinkriege so u u und das sieht aus wie nicht verbunden und das ist nicht verbunden das sind tatsächlich leitung stückchen die unverbunden nebeneinander liegen und ein sohn u ist genau lambda halbe lang oder was heißt genau also fast ist so etwa ist so etwa lambda halbe lang und damit in resonanz das heißt also es gibt ja eine resonante kopplung des signals die dann komplett rüber geht aber nur bei der frequenz wo eben auch wirklich diese leitung lande halbe also dann passend lande halbe lang sind und damit ist das ein filter das ist ein bandpass filter das da gebaut wurde allein aus leitungsstrukturen die nicht einmal miteinander verbunden sein müssen muss es nur richtig machen ok so dann haben wir hier mischer das ist eigentlich eine diode vielleicht eine doppeldiode mehr aber auch nicht die da angeschlossen wird und diese diode der mischer sorgt ja dafür dass aus den was wir hier vorher haben diese farbe hier meinetwegen 11 gigahertz hier ein 1 gigahertz signal auf dieser seite wird also ich frequenz runter gesetzt wird damit sie die dann hinterher 1 gigahertz kann man wesentlich leichter verstärken 1 gigahertz kann man auch über leitungen leichter im haus verteilen euch darum geht es ja dann letztlich damit sie eben auf dieser das ist eine zwischenfrequenz auf der zwischenfrequenz die die verteilung im haus vornehmen können dann zur desktop box oder zum fernseher direkt damit sie das machen können müssen sie an dieser stelle hier einen 10 gigahertz signal einfügen dieses 10 gigahertz signal wird erzeugt hier doch durch einen transistor der an der stelle sitzt und damit das einigermaßen stabil ist hat man da ein resonator dran gepackt so der da das ist nichts weiter als eine die elektrische pille also nicht verschlucken die macht da nichts sondern die kommt auch so nur wieder raus das ist ein barium titanat oder sowas ein stoff mit einem hohen die elektrizität einem hohen die elektrizitätskoeffizienten vielleicht 80 100 200 weiß ich nicht was sie da jetzt wirklich verwendet haben und der sperrt im prinzip die welle ein und ist dadurch nur resonator so und hier kommt dann jetzt so ein bisschen zwischenfrequenzteile zf so so ist das teil im prinzip aufgebaut so sie brauchen natürlich noch spannungsversorgung skript krams und so und das müssen wir aber nicht hier betrachten hier habe ich mal alte handys auseinander genommen ich kann ihnen auch hier ein rum geben das problem bei handys ist dass man nicht so richtig viel daran sieht weil nämlich das allermeiste immer irgendwie versteckt ist in der mineralisierung in irgendwelchen chips und ich finde hier jetzt auf die stelle noch nicht einmal richtig die antenne aber da kommen wir auch dann gleich noch kurz was da können sie ruhig dran rum machen wie sie wollen da machen sie nichts mehr kaputt das ist kaputt so hier sieht man und deswegen habe ich das ja noch mal aufgeführt hier sieht man zum beispiel noch mal hier den die plexa so und da sieht man hier noch irgendwelche verstärker strukturen hier unten drunter na gut hier geht zur antenne so dann geht es hier zu tx da ist vielleicht noch mal tx block das würde man heute auch integrierter haben und hier geht es in richtung rx runter so auch hier wieder die hf verstärker blöcke hier an der stelle der erste die leistungs verstärker wenn man darüber von leistung reden möchte da dann die kamera so haben wir hier noch aus wikipedia so ein paar andere dinge wo man auch so immer ähnliche strukturen noch mal wieder findet hier da verstärker strukturen also ist jetzt nichts besonderes mehr und das wiederholt sich jetzt auch eigentlich eher also da mal ein radarsystem das aber eigentlich auch keine rolle spielt und dann gerne auch noch mal verschiedene sachen auf in verschiedenen größen ausgeführt hier zum beispiel wieder eine mischerschaltung da wo sie einen lo also lokal oszillator signal zu führen wo sie hier ein eingangssignal haben wo dann an dieser stelle hier ein bandpass filter vorliegt das sind auch wieder nicht verbundene leitungen da die resonant sind kann ich hier eigentlich rein suchen und dann eben hier wieder verstärker da so wie so ein verstärker aufgebaut ist sehen wir dann hier daneben noch mal mit leistungsteilern die wir kennenlernen dort woanders habe wieder leistungsteilern die wir kennenlernen werden und dann eben hier kleinen transistor strukturen auf dem chip wieder ein leistungsteiler oder leistungskombinierer duplexer hatten wir erwähnt habe ich noch einen anderen gezeigt was noch zusammenfassend ein paar punkte zu dem thema verstärker warum gibt es da so unterschiedliche dinge weil ein paar design goals also die entwurfsziele nicht übereinander gebracht werden können für unterschiedliche leistungsklassen also bei einem low noise amplifier möchte man zum beispiel dass er sehr empfindlich ist das heißt nichts anderes ist dass er möglichst wenig rauscht und das auch möglichst also schon möglichst wenig leistung aufnimmt wobei leistung jetzt hier nicht das schlimmste leistungsverbrauch nicht das schlimmste ist weil es ohnehin nur um sehr sehr wenig leistung geht man möchte ihn klein haben das möchte man sowieso er ist aber bestimmend für die empfindlichkeit des gesamtsystems und man möchte eigentlich auch nicht also immer will halt nicht kaputt machen so auf der anderen seite hat man den leistungsverstärker der soll vor der antenne möglichst viel leistung erzeugen dazu muss ja auch eine gewisse größe haben allein schon damit sich das thermisch alles verteilt und damit die stromdichten nicht zu hoch werden die leistungsdichten auch nicht zu hoch werden das ist beim low noise amplifier alles gar kein problem er soll linear sein also soll nicht dazu führen dass sie meinetwegen ein gigahertz verstärken wollen dann kriegen die ganzen zu von zwei drei vier fünf acht oder dazu oder so sondern als eine gigahertz bei einem gigahertz bleiben und er soll vor allen dingen auch keine signale miteinander mischen als er muss linear sein das ist total wichtig er soll effizient sein sie wollen beim handy nicht dass ihre batterie sofort leer gelutscht wird das ist mal das eine und zum anderen und bei uns aber selbst bei der basisstation wo man ja meinen könnte man hat genug energie weil alles kein problem mit einem stromanschluss also erstens auch das ist ein problem weil den strom müssen sie bezahlen und das andere alles das was nicht an hf raus geschoben wird aber unten rein kommt als energie wird das wärme verloren gehen und dann müssen sie eventuell sogar wenn sie schlecht gebaut haben das ganze auch noch kühlen und sogar noch aktiv kühlen also mit der klimaanlage und so und das möchte man auch nicht also ist das hier entscheidend und das widerspricht sich schon mal hier so ein bisschen mit der linearität also nicht zu 100 prozent aber es widerspricht sich so ein bisschen und es widerspricht sich auch hier mit der empfindlichkeit hier so das heißt also man muss da schon zwei oder sogar mehrere klassen vielleicht von verstärkern betrachten ja der oszillator was machte ich habe es eben schon angedeutet er setzt eine frequenz um in eine andere wir hatten eben das beispiel dass wir hier mit 11 gigahertz reingehen bei einem 11 gigahertz signal reingehen mit einem ein gigahertz signal rauskommen wollen und dann müssen wir hier ein 10 gigahertz signal drauf geben damit das auch funktioniert damit an der nicht linearen kennlinie der diode das ganze umgesetzt wird häufig kommt darauf an wie man ihn baut also wenn man ihn auf dioden aufbaut dann ist es ein verlust behaftetes element das heißt also sie kriegen weniger raus als sie auf diesem wege hier haben sie verluste stehe schon oben drüber wenn sie dann den feld effekt transistor nehmen ist das ein bisschen lockerer sie brauchen noch den lokal oszillator dazu und sie müssen ein bisschen aufpassen weil wenn es eine diode ist dann haben sie ja sie können es einfach vorstellen eine diode hat eigentlich nur zwei drähte der eine davon geht erstmal irgendwie in richtung masse das heißt eigentlich haben sie nur einen punkt und an diesem einen punkt haben sie alle signale nämlich also denn das elfer das zehner und das eine auch irgendwie und das müssen sie jetzt irgendwie an dem einen punkt voneinander trennen das wird mit filtern schon gehen aber eben auch nicht zu 100 prozent und es kann zum beispiel auch dazu führen dass eben dieses 10 gigahertz signal jetzt hier raus geht so warum ist das ein problem also wenn sie nicht noch andere maßnahmen ergreifen kann es ja passieren dass dieses 10 gigahertz signal auch irgendwo an der antenne anliegt die eigentlich zum empfang gedacht ist und da abgestrahlt wird das ist sommer elektromagnetische luftverschmutzung man darf das nicht unbedingt man möchte es auch nicht und das ist im militärischen auch schwierig oder sogar gefährlich weil sollte das passieren dann könnte der feind ja das 10 gigahertz signal orten und sie finden selbst wenn sie funkstille einhalten und nur hören also muss man auch was tun damit das nicht passiert so ein bandpassfilter warum haben wir überhaupt ein bandpassfilter irgendwie da drin zum einen weil sie die rauschbandbreite begrenzen wollen rauschen ist haben sie schon mal was überrauschen gehört also thermisches rauschen ist eigentlich immer da und in jedem frequenzband da und sie wollen möglichst wenig davon empfangen also müssen sie irgendwie begrenzen und das können sie eigentlich nur indem sie entweder ihre system kühlen was sehr aufwendig ist sie wollen nicht mit dem handy mit flüssigem stickstoff gekühlt durch die gegend rennen sehr unangenehm werden sie ja wollen sie mit flüssigem stickstoff kühlen oder sie kriegen rauschen runter indem sie die bandbreite begrenzen das kann man am eingang machen da ist es nicht der entscheidende punkt das macht man meist auf der zwischenfrequenz oder auf der kanal in der kanal selektion also weiter unten aber auch das sind bandpassfilter letztlich dann wollen sie vor allen dingen am eingang dafür sorgen dass ihr system nur auf die gewollte elektromagnetische welle reagiert und nicht auf alles andere das heißt wenn sie ukw radio hören wollen dann wollen sie ukw radio hören und nicht noch den gsm sender irgendwie haben der sich stört weil da können sie jetzt mit anfangen der stört sie nur wenn sie also direkt hier unter der basisstation her fahren mit dem auto dann wollen sie weiterhin ihren ich weiß nicht swr oder radio regenbogen oder sowas hören aber nicht plötzlich gestört werden also muss der dafür sorgen weil mutmaßlich von dem eine ganze menge energie kommt muss ihr autoradio dafür sorgen dass das gar nicht erst bis zum verstärker kommt weil der wird vielleicht dadurch übersteuert kaputt geht weiß ich nicht aber der wird eventuell übersteuert und leidet drunter andersrum aber auch sie wollen auch irgendwie noch am fernsehturm stehen können und oben vom fernsehturm eventuell irgendwelche whatsapp nachrichten oder bilder verteilen oder sonst irgendetwas können und da muss eben ihr handy sich auch vor dem signal dass da ausgestrahlt wird schützen können ohne dass das gleich kaputt geht also also dafür muss man sich also gegen externe störer wehren auf der senderichtung könnte man ja sagen ja ist ja auch egal beim sender brauche ich das nicht unbedingt einen filter weit gefehlt es gibt gesetzliche regelungen die einzuhalten sind sie dürfen eben nur wenn sie den gsm sender betreiben im gsm band senden und nicht überall anders auch so da aber ihre gesamte verstärkungskette ihre gesamte kette irgendetwas mit den signalen macht und auch in anderen frequenzbereichen über zwischenfrequenz mischsignale und so weiter da irgendwo was ist also spannung leistung bei den frequenzen unterwegs ist laufen sie gefahr dass die auch ausgesendet wird also müssen sie direkt vor aussenden dafür sorgen dass das nicht passiert und deswegen brauchen sie auch in der senderichtung bandpass filter das eigentlich nur ihr gewolltes und erlaubt das band durchlässt und nichts anders das ist nicht schön weil so ein filter nämlich teuer ist also sie können sich überlegen wenn da einer sitzt und die schräubchen dreht und das vielleicht eine halbe stunde dauert oder auch nur 10 minuten dann kostet das richtig geld und das ist ja auch noch versilbert und so also also wenn man nicht nicht müsste würde man das nicht tun aber man muss weil ansonsten können wir nämlich nicht mehrere systeme mehrere funksysteme auch parallel betreiben und das wollen wir ja so was ist das filter wir haben jetzt hier sowas mit hohlräumen gesehen man kann das natürlich aus l und c einfach aufbauen wir haben band das filter gesehen die einfach nur aus mikroschreifen leitung also einfach nur aus leitung die noch nicht mal miteinander gekoppelt waren zu aufgebaut sind also es gibt da verschiedene geschmacksrichtungen von demselben automatic gain control machen wir jetzt nicht so viel drüber oszillator auch nicht wo wir sie gar nicht betrachten wollen modulatoren lassen wir auch schon mal drüber dann haben wir noch die übliche analog digital abtastung auf die ich hier in dieser folge aber auch nicht eingehen werde so leider ist dieses bild auch schon wieder ja es ist tatsächlich zehn jahre alt da war kein aktuelleres das was ich sagen wollte wird aber umso klarer und ich weiß immer nicht was ich damit als eine eigentlich alle erzeugen möchte mit dem bild ob ich mit dem bild erzeugen möchte dass sie nervös werden und angst kriegen oder sie entspannen möchte denn jetzt im ernst wenn sie sich mal angucken wie so die evolution gewesen ist und es wurde ja nicht besser dann hatten sie 1999 irgendwie da haben sie ein handy gehabt das konnte irgendwie zwei bänder also die netz und e netz das war es also beherrschbar viel die frequenzen kann man sich auch einfach noch merken im kopf auf der anderen seite haben sie dafür aber 200 passive bauteile gebraucht 10 aktive und fünf filter und wenn sie jetzt weitergehen dann kann man irgendwie noch mal ein drittes und viertes band wir reden immer noch nur von gsm dazu die anzahl der bauteile wurde aber weniger das heißt also der entspannende effekt an dieser stelle ist es wurde viel viel arbeit wurde ihnen abgenommen und die qualcomm und infineons oder intels dieser welt haben die arbeit für sie übernommen und sie mussten auch diese chips da kaufen sich den support von denen einkaufen die dinge einlöten lassen fertig ein bisschen leitungs drumherum und das war's und das ist über die jahre zunehmend weniger geworden also es ist zunehmend einfacher geworden für einen endnutzer wie sie das vielleicht sind oder entwickler sie das vielleicht sind so etwas zu bauen obwohl auf der anderen seite die technik komplizierter wurde wenn wir jetzt mit über von vier bändern reden also zwei bänder für europa das d netz und das e netz und die entsprechenden aber auf anderen frequenzbändern liegenden dienste für die usa für amerikanischen kontinenten so also auf der einen seite wie gesagt wurde es einfacher und das was zu machen war an der stelle die komplexität haben ihnen eben die ingenieure von qualcomm bord kommen intel und so infineon übernommen und dann kam noch irgendwann völlig neuer funk dienst dazu nämlich hier das u mts da das machte das ganze natürlich noch mal komplizierte aber sie sehen das ist alles weniger geworden das heißt also auf der einen seite ist hier die komplexität angestiegen ging hoch aber die bauteile komplexität ging runter wenn sie entsprechend große scheine bei jetzt irgendwie einem der genannten hersteller einwerfen dann kriegen sie auch den passenden support dazu und dann können sie auch als kleine firma oder in einer kleinen firma kann man dann ein handy oder ein entsprechendes frontend entwickeln kauft sich eben dann das ein so das ganze ist hier noch mal gezeigt für ein einigermaßen allerdings noch ohne lte einigermaßen modernes handy wenn sie mal gucken was da alles so drin steckt und was der kann das fangen wir erstmal an zu zählen was der eigentlich hier also gsm mäßig kann das machen wir mal in rot meinetwegen da sehen sie mal hier die das 1800er und das 1900er band für europa ich kürze das mal ab mit eu und für die usa entsprechend und hier auch das ist hier das 1900er ist die usa und das 1800er ist europa so und das ganze finden sie auch noch mal auf der empfangsseite und dann haben sie hier noch wideband cdma das ist dasselbe wie umts das ist nicht dasselbe wie umts aber es ist ein teil von umts der dem modulationsstandard da drin da haben sie das einser das zweier das dreier das vierer 1 2 3 4 5 fünfer die sind in weiß dann hätten sie noch das eventuell taucht hier noch das achter band auf und das neuner band das heißt damit sie da weltweit auch wirklich daten mäßig unterwegs sind und dritte generation funk machen können haben wir was habe ich jetzt gesagt neun bänder oder sowas rausgedeutet sind sie sind hier nur 1 2 1 1 1 2 3 das heißt insgesamt haben wir es hier zu tun mit einem sieben band gerät das ganze müssen sie senden und empfangen das ist ein bisschen clever zusammengepackt durch hier die high band gsm und die low band gsm in einem und da sehen sie schon das geht hier auf so einen switchplexer der schaltet also entsprechend um auf das was sie haben wollen und sie stellen fest zunächst mal dass das tx und rx vom gsm dass das auf getrennten schaltern liegt das heißt dass das was ich eben sagte wenn wir da so ein cell phone haben so ein mobilfunktelefon haben dann schaltet das beim gsm zwischen senden und empfangen um natürlich haben sie noch empfänger oder noch viel empfangs filter und sende filter aus den eben schon genannten gründen so dann haben wir dann noch dass you mts da gucken wir uns mal das band bietet sich jetzt gerade an das band 5 an und da sehen sie die gehen hier auf einen punkt weil nämlich wenn ich das hier mal nachziehe doch band 1 nehmen können weil das unseres ist dann geht das darauf dann haben sie hier so eine empfangs frequenzweiche das ist sowas wie das was ihnen da gezeigt habe nur eben kleine also das haben sie ja offensichtlich nicht im handy das dicke ding weil im handy sind das dann irgendwelche keramik filter oder f bar filter oder so und dann ist das hier der empfangszweig weil umts nämlich zur gleichen zeit gesendet und empfangen wird auf unterschiedlichen frequenzmännern auch gsm sendet und empfängt auch unterschiedlich in unterschiedlichen frequenzbereichen also sind auch über die frequenz getrennt aber eben auch über die denn die zeit weil man nämlich als man gsm angefangen hat da konnte man die filter noch nicht so gut bauen hat man gesagt wir schaffen das nicht alleine über die frequenz sende und empfangsrichtung zueinander zu trennen sondern wir müssen es auch die zeit machen schalten kann man einfacher so und das ganze zieht sich im mts hier so weiter das heißt also wenn sie hier jetzt mal gucken was sie da so brauchen an komplexität dann sind das hier 123 duplexer 1234567 filter ein paar verstärker power amplifier und so weiter also da ist eine ganze menge drin in seinem handy aber sie müssen sich alles diskret aufbauen zum glück das würden sie gar nicht mehr schaffen heutzutage so hier geht schon ein bisschen weiter auch das muss man eigentlich regelmäßig erweitern was ich nicht getan habe weil irgendwann ist dann mal schluss so das soll sie ja ihnen auch durchaus die komplexität eben des mobilfunks da mal noch mal verdeutlichen also sie sehen hier unten gsm das ist natürlich dann irgendwann stagniert ich glaube australien hat mittlerweile schon das gsm band komplett abgeschaltet also das hier wird übersicht wieder verschwinden und wird man so nicht weiter haben gsm ist momentan irgendwie ganz cool weil man eine basis daten und einen basis sprach sprach verbindung eigentlich damit weltweit aufbauen kann selbst wenn das handy ansonsten die den die landesstandards vielleicht gar nicht unterstützt so dann haben wir das whiteband cdma hier angefangen mit vielleicht dem band 1 und dann immer wenn sie weltweit unterwegs sein wollen dann reicht eben dieses eine band das in europa verbreitet ist das sogenannte band 1 eben einfach nicht aus sondern brauchen sie eben noch weitere bänder die in den usa und asien und so weiter verwendet werden und dann kommen sie irgendwann an bei drei bis fünf bändern an naja und dann kommt jetzt noch lte dazu auch das beginnt zunächst mit einem band werden dann mehrere im lte die band nummerierung gibt es in die 40 rein meine so 30 an die 40 frequenzbänder sind da im standard für weltweiten betrieb vorgesehen kein gerät wird die alle unterstützen ist auch ziemlich klar aber in irgendeiner ecke für irgendeine anwendung in der welt könnte es durchaus sein dass da ein frequenzband genutzt wird auch in deutschland werden ja das 26 band genutzt dann irgendwo im 700 megahertz bereich wird ein band genutzt für das lte also für die örtliche oder ländliche versorgung weil man mit einer niedrigeren frequenz war einfach größere reichweiten erzielen kann ich verwendet man auch da verschiedene also allein in deutschland schon verschiedene frequenzbänder um verschiedene bereiche zu bedienen so jetzt kommt noch was hinzu was hier oben noch ein bisschen unschuldig daher kommt da steht nämlich rx diversity oder hier maimo das heißt letztlich nichts weiter als dass sie für jeden dienst nicht nur eine antenne haben die sendet und empfängt sondern mindestens für rx diversity 2 also sie haben vielleicht eine sende amt antenne aber zwei empfangs antennen damit sie im einfachsten fall wenn die eine antenne gerade schlecht empfängt weil die irgendwo so in seinem deep notch ist so also richtig schlechte feldverdingung hat oder die sie den daumen drauf gehalten haben oder so die zweite immer noch gut empfängt und man schaltet dann einfach um das heißt die verbindungsqualität und die verbindungssicherheit wird dadurch erhöht das ist der einfachste fall heißt aber auch man muss diese antennen auch mit einzelnen verstärkern oder sowas mutmaßlich versehen man muss da was dran messen können man muss auch umschalten können also die komplexität wird wieder noch mal größer und man braucht zwei antennen also auch das wenn sie mit mehreren antennen arbeiten wollen brauchen sie auch mehrere antennen so und dann gibt es dieses maimo das kennen sie vielleicht aus dem wlan heraus schon dass da maimo unterstützt wird das ist eine sehr clevere idee wie sie mit mehreren antennen auch im prinzip mehrere parallele datenkanäle mit vielen mathematischen tricks aufbauen könnten so dass sie wenn sie in den sender mit vier bei vier mit vier antennen haben und auch einen antennen empfänger mit vier antennen haben dann könnten sie in etwa auf dem gleichen frequenzband zur gleichen zeit die etwa nicht ganz erreicht man den etwa vierfache datenmenge übertragen weil sie die signale so verrechnen können dass der empfänger die hinterher wieder voneinander trennen kann und tatsächlich vier separate datenströme aufmachen kann das nennt sich multiple in multiple out hat aber natürlich zur konsequenz sie brauchen vier antennen und diese vier antennen müssen tatsächlich bis zum digital teil und auch dort drin am anfang noch durchgeführt werden das heißt sie brauchen dann vier vier filter sie brauchen vier verstärker sie brauchen vier mischer alles wenn man von massiv maimo redet also von 64 antennen können sich vorstellen wie die komplexität steigt so das tolle ist gleich zeit gleich frequenzband n fache datenmenge die darüber geht das ist schon cool das zu machen aber der aufwand ist eben auch groß ne so und damit kommen wir natürlich auch an so ein paar punkte nämlich an dem punkt so also hf technik wird auch wenn es ihnen vielleicht andere abnehmen hf technik wird irgendwie gebraucht antennen technik wird gebraucht also sie müssen diese antennen die auch bauen können diese antennen sie wollen jetzt nicht vier drähte irgendwer so ihr handy sollen ja auch nicht aussehen wie so ein igel ne ja sie müssen da irgendwo diese antennen unterbringen können also das und die müssen dann ja auch noch funktionieren so also das ist alles man muss über sowas nachdenken ich will nicht sagen dass alles unmöglich aber man braucht ingenieure die über sowas nachdenken und das auch richtig anpassen so und hier unten ist es natürlich auch alles nicht einfacher geworden nicht wenn sie sich die frontends angucken und die digital technik hier angucken euch dann ist auch das doch erheblich gewachsen soll ihnen eigentlich mut machen dass man das was man hier lernt auch wenn es details sind die wir hier lernen schon irgendwo gebrauchen kann ja ich möchte das ist aber eigentlich eine folie für name dropping das name dropping software defined radio die wunderbarste idee wäre ja sie haben so ein mikrocontroller fpga oder irgend so was und ein beinchen von dem ist ein bisschen länger das ist dann die antenne und alles andere ist per software erledigt das wäre cool also eigentlich antenne danach dann irgendwie sofort der analog digital wandler oder umgekehrt antenne davor da daran angeschlossen sofort der digital analog wandler und alles andere kann ich per software machen per software update machen das ist so die wunsch vorstellen da kommt man nur nicht hin weil nämlich häufig zum einen natürlich analog ketten hf ketten nicht inhärent bandbreite breitbandig sind also muss eine menge tun damit man breitbandigen verstärker hinkriegt ich habe über die filtersysteme gesprochen man braucht muss das signal sauber kriegen dazu braucht man filter filter ist natürlich erstmal schmalbandig dann braucht digital technik ziemlich viel strom also ist nicht unbedingt batterie effizient und leistungseffizient alles digital zu machen weil dann die fpga ziemlich saugt so an der vielleicht nur ein volt aber er saugt also diese mehrere milliarden transistoren wollen versorgt sein und dann haben sie ein problem mit dem dynamik bereich sich überlegen sie wollen mit einem watt oder sowas senden und bin nanowatt empfangen dann haben sie da schon mal so 10 und minus 9 das macht schon mal so locker 90 db das ist noch nicht mal die ganze bereiten breite die man hat also ein dynamik bereich von 130 140 db oder so wäre schon da und dann reicht es ihnen ja auch nicht ein empfangssignal mit einem bit da irgendwie zu empfangen sondern wollen sie noch ein paar was ich fünf vielleicht acht bitte so was drauf haben das heißt sie brauchen da digital analog wandler oder analog digital wandern mit einer irren wandelbreite und geschwindigkeit und die sind ebenso auch noch nicht verfügbar also selbst wenn sie theoretisch verfügbar sind sind sie nicht unbedingt effizient so also insofern die idee ist da und man arbeitet auch immer weiter dahin aber man ist nicht unbedingt immer da was maimo ist habe ich gesagt das kann man nächstes semester noch vertiefend gut so zwar mit 11 uhr sechs an der stelle fragen erst mal ja das war der überblick jetzt wird spezieller so ein bisschen tiefer also versuchen wir mal ein bisschen tiefer einzusteigen und wirklich in die half technik ich habe ihnen im prinzip jetzt nur gesagt wo es hingehen soll und warum wir das eigentlich tun was wir tun wir werden hier kein handy bauen das schaffen wir nicht so ganz ich möchte ihnen durchaus auch so ein bisschen so die details von der half technik hier beibringen und die zeigen also nicht nur so diesen überflug machen das ist auch irgendwie nächste wobei ich aber auch darauf verzichte alle zu viel zu rechnen also wir wollen jetzt auch nicht das könnte man nämlich auch tun dass man hier noch ein halbwellendipol also die ganz normale stabantenne oder sowas mal komplett durchrechnet mit der hand am arm und bleistift und so das machen wir nicht sparen wir uns auch sondern gucken uns höchstens bilder an okay so erstmal felder und wellen da müssen wir noch mal ein bisschen einsteigen und der sinn ist eigentlich hier für sie die letzte zeile also sie sollten so ein bisschen in der lage sein eine vorstellung zu haben vielleicht sogar eine zeichnerische vorstellung zu haben wie denn eigentlich felder und wellen aussehen wie ein feld um auch ein hochfrequentes zell fällt in irgendeiner leiter konfiguration aussehen könnte so mehr wollte ich da jetzt eigentlich nicht machen aber ist ja auch schon ein bisschen was deswegen was brauchen wir maxwells gleichung nicht einmal in differenzieller form und in integraler form die sie vielleicht auswendig können vielleicht aber auch nicht sind übrigens mittlerweile gute 150 jahre alt also viel älter auch noch nicht und geschichte ist ja so ein bisschen so dass der james clark maxwell die ja vorhergesagt hat so 1865 so in der richtung 150 jahren und dann der experimentelle nachweis von den dingen ja den heim dem heinrich herz gelangen hier in karlsruhe sogar nicht der ja über die funken strecke und den funken induktor dann tatsächlich diese fernwirkung von elektromagnetischen wellen nachweisen konnte ist in so einem langen wellen bereich frequenzmäßig unterwegs gewesen leider viel zu früh gestorben in berlin deswegen ist das ja auch der einzige also aus meiner sicht der grund warum das nur eigentlich auch nur in deutschland funken heißt also wir reden ja von einem funkgerät was ja von funken kommt also von dem funken also es würde die amerika englische übersetzung wäre ja sparking das sagt ja keiner das ist radio engineering oder radio communication das ist nichts bar communication und in deutsch reden wir von funk kommunikation also von eben wirklich dieser funken übertragung da und das ist so gewesen dass er da eben auf der einen seite im funken eine funkenstrecke oder sowas hatte und auf der anderen seite in einem resonanzkreis eben den funken auch nachweisen konnte also die elektromagnetische fernwirkung nachweisen konnte da kommt das her und das heißt auch nicht irgendwie funking oder sowas was anderes für die musikrichtung so wenn wir das ist noch mal auffassen gut hier ist es noch mal einzeln gezeigt warum aber auch nicht groß eingehen was haben wir für parametre an der stelle hier das wäre nochmal ganz interessant darauf einzugehen sie kennen sicherlich alle die elektrizität die elektrizitätszahl also eps und r normale bereiche die wir hier haben ist ebenso 1 für vakuum oder luft dann für schaltungen auch für halbleiter so im bereich von 2 bis 12 vielleicht mal mit ein bisschen glück auch drunter man versucht das manchmal auch für weiche anwendungen auch möglichst klein zu kriegen keramika so im 80er bereich hohe die elektrizitätskonstanten also sachen die wirklich darauf gezüchtet sind ein hohes eps und r zu haben gehen in die tausender auch keramika wasser im gigahertz bereich hat eine dk von 80 das ist also ein elektrisch dichtes medium macht es nicht unbedingt einfacher wenn sie im wasser funken wollen zumal wenn noch salz im wasser ist noch eine leitfähigkeit hat also sprich mal mit einem u-boot das ist so die anwendung oder leite mal ein torpedo ist auch eine anwendung hoffentlich nicht allzu oft gemacht wird dann ist das eben über drahtlose kommunikation nicht so einfach das u-boot kann natürlich auftauchen aber in dem moment wo es aufgetaucht ist auch sichtbar das ist ja der sinn vom u-boot metalle auch in den tausenden also diese freien elektronen da in den metallen die sorgen für eine hohe dk magnetische materialien sind hier im hf bereich nicht so wichtig in den tausenden 20.000 und so was wenn sie motoren bauen dann wissen sie das sicherlich dass man da mit einem hohen die magnetfelder da hat okay so die materialgleichung hatte ich gerade auch erläutert also wie die die verschiebungsflussdichte zur elektrischen feldstärke steht und die flussdichte zur magnetischen feldstärke steht hier und jetzt müssten wir eigentlich mal auf ein paar bilder kommen genau da ist es schon es gibt da irgendwie das den satz vom elektrischen fluss oder das gaussche gesetz und im prinzip ist das hier zunächst einmal die quellen behaftete art und weise vom elektrischen feld das heißt also wenn sie irgendwo eine ladung haben dann gehen von einer positiven ladung eben die feldlinie für d und e aus die ja parallel zueinander sind wenn das ebs dann r eben ein skalar ist und nicht irgendwie eine matrix oder so was so das heißt aber auch dass eben hier die flusslinien und auch die elektrischen feldlinien starten und ein start und ein ende haben das ist wenn man zeigen möchte dann ganz wichtig dann kann man sich überlegen wo fängt das zeug an woher das zeug auf sie können auch erzeugt werden aus dem magnetischen feld ohne dass eine ladung irgendwie wirklich da ist dann in dem fall sind sie dann miteinander verbunden so wie das hier gezeigt ist und gehen im kreis und haben eben keinen anfang und kein ende aber solange sie irgendwelche leiter mit ladungsträgern irgendwo haben haben sie anfang und ende so das gaussche gesetz für das magnetische feld es gibt keine magnetischen quellen das können sie ja daraus erfahren wenn sie mal einen magneten nehmen permanentmagneten und dann schneiden sie den genau in der mitte zwischen nord und südpol auf dann kriegen sie nicht einen magnet mit nordpol und einen mit südpol sondern haben sie wieder zwei magneten mit nord und südpol und das können sie so weit treiben wie sie wollen sie kommen nicht dahin dass sie einen nordpol isoliert haben zum nordpol gehört immer der südpol so und damit weil es da eben keine quellen gibt auch wenn man die vielleicht zu rechnungszwecken irgendwie mal eingeführt hat dass das tut man schon mal dann gibt es eben auch kein anfang und kein ende sondern die müssen in sich geschlossen sein was sie normalerweise immer sehen dass sie hier solche kreise beschreiben solche wirbel eben sind oder manchmal malt man auch so linien aus die parallel zu seinen scheinen und kein anfang und kein ende haben die werden aber dann immer im unendlichen fügen die sich wieder zusammen so wie es hier auch gezeigt ist also dann das anfang und ende oder zumindest die das schließen finden sie schon irgendwann raus oder wird es irgendwo geben so das amperische gesetz letztlich ist es das dass einfach die zeitabhängigkeit die zeitänderung der elektrischen flussdichte oder eben auch eine stromdichte dazu führt dass das magnetische feld gekrümmt wird und durch die krümmung des magnetischen feldes eben überhaupt eins entsteht das ist die aussage hier ja am einfachsten sieht man es eben auch im gleichstrom frei wenn man hier eine und strom hat der da irgendwo fließt und um den das kriegen sie mit der rechten hand regel hin ich könnte sie sich angucken wie die magnetischen feldinnen darum herum fließen das ist das einfachste leiterfeld das kennen sie aus dem dritten semester bestimmt ja und dann eben noch das elektrische feld führt zu einer quatsch die zeitliche änderung der magnetischen flussdichte führt zu einer rotation des elektrischen feldes das ist die da und das ist die zeitliche änderung der flussdichte und das führt eben dazu dass sie eine elektromagnetische welle haben und eine zeitliche änderung des magnetischen feldes zu einer elektrischen zum elektrischen feld führt und so weiter und so fort so und damit haben sie überhaupt eine welle die sich hier in ja gut drei dimensionen darstellen mit der ausbreitungsrichtung dem k in z richtung und dann eben hier willkürlich gewählt das kann natürlich auch anders sein willkürlich gewählte e-feld in y richtung und dem h feld in x richtung das entscheidende ist dass es nicht so ist dass entweder e feld da ist oder h feld sondern e feld und h feld sind in phase wenn das nicht so wäre könnte keine energie übertragen werden gut brauchen wir dann noch irgendwas ist eigentlich alles gesagt felder und medien das ist ein eher kurzes oder vielleicht auch nicht so tolles kapitel und vor allen dingen ist es auch eine wiederholung zunächst mal die tangentialen komponenten des elektrischen feldes der elektrische feldstärke sind kontinuierlich das konnte dass die elektrische feldstärke springt nicht so heißt zum beispiel auch ganz klar wenn sie in metall haben idealen leiter haben wo es keine elektrische feld drin geben kann weil es sofort kurz geschlossen wird dann haben sie auch direkt an der oberfläche des idealen leiters kein elektrisches feld dann kann es natürlich ansteigen aber direkt an der oberfläche halt nicht im gegensatz dazu die normal komponente springt mit der oberflächen ladung also wenn sie da irgendwelche oberflächen ladung hier beispielsweise einfügen an der stelle da dann könnte das passieren dass da das elektrische feld die elektrische flussdichte springt die normalkomponente davon wenn das nicht da ist hier so dann ist das null und dann ist die die elektrische verschiebungsflussdichte kontinuierlich die normalkomponente davon so beim elektrischen feld beim magnetischen feld ist es ein bisschen anders da springt eben die tangential komponente durch die stromdichte so ist das da und die normalkomponente ist weil es ja keine quellen gibt kontinuierlich am leiter noch mal rausgegriffen ich habe es eben schon gesagt die tangential elektrische feld komponente ist springt nicht man kann sich das feld hier aufbauen aus der stromdichte und die stromdichte kommt eben daher wenn man sich anschaut wie das elektrische das magnetische feld springt ja aber da müssen die details nicht reinsteigen und die reflektion und reflektion brauchen wir auch nicht ich wollte jetzt nur in die welle felder oder die wellen noch einsteigen so wahrscheinlich habe ich jetzt eine ganze menge erst mal so auf dem mentalen stack gepackt was vielleicht erst hinterher sich irgendwie wieder zusammenfügt wenn wir da mal über wirklich mal so ein paar feld bilder für leitungen uns angucken ich möchte einmal kurz auf die welle oder die wellengleichung kommen sie können jetzt die magnetischen gleichungen miteinander verwursten so dass sie auf die wellengleichung kommen also eine zweite ableitung zweiter ort sowohl in der dem ort und hier mit dem omega quadrat auch der zeit und die können sie jetzt lösen wenn sie wollen und eine lösung für keine quellen da drin also das hier ist weg da und das ist weg ist eben einfach die harmonische lösung hier mit der der funktion hier und daneben der komplexen anregung da oben da für eine richtung wenn sie das einsetzen kommen sie eben auf die lösung für die welle so das kann mal bei den bildern einfach viel besser zeigen so wenn sie es im freien raum unterwegs sind dann kommen sie genau auf die na wo geht denn das nicht aber das kommt nicht richtig gezeichnet okay das liegt an der folie da kommen sie genau auf dieses drei bein der transversal elektromagnetischen welle also die ist transversal das heißt keine komponente kein kein e kein h in ausbreitungsrichtung so man kürzt das ab mit dem relativ klar warum ne also t e m führt dann dazu und das ist die ganz normale freiraum ausbreitung der welle das heißt wenn sie also jetzt hier eine ausbreitung in z richtung beispielsweise haben dann gibt es keine gibt es keine ez komponente keine hz komponente die schlechtweg nicht da also ez gleich 0 hz gleich 0 also beides nicht vorhanden es kann eine ex und eine y komponente geben und es kann eine hx und eine hy komponente geben ich habe es mal willkürlich herausgegriffen dass es nur die y komponente gibt und dann bedingt das eindeutig weil die auch senkrecht aufeinander stehen müssen dass wenn es nur eine y komponente gibt dann kann es auch nur eine hx komponente geben weil die honor wieder senkrecht aufeinander stehen müssen das heißt sie haben hier und das ist ja auch angedeutet so ein koordinatensystem und in jeder richtung gibt es eben nur die eine komponente die ausbreitungsrichtung ausbreitungsrichtung die elektrische feldstärke und die magnetische feldstärke so alles drei stehen senkrecht aufeinander können sie schön mit der rechten handregel sich ausdenken und zeigen und dann ist eben noch ich habe eben schon darauf hingewiesen zu beachten dass bei dieser ausbreitungswelle e und h in phase sind also da wo e seinen berg hat hat auch h seinen berg und da wo e seinen knoten hat 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 auch h seinen knoten so da sind die knoten und das ist hier könnte man jetzt auch noch hier ein gesichtchen daraus machen okay so was ist die voraussetzung dafür voraussetzung ist zunächst mal gewesen dass wir hier keine variation in der x und y richtung hatten da habe ich wieder den strich wenn das aber nicht so ist wenn wir nach wie vor eine ausbreitungsrichtung in x und z richtung haben aber wir haben eine variation des feldes in der x oder in der y richtung vielleicht dadurch dass irgendwo ein blech eingefügt wurde also einfach etwas leitendes ist oder irgendwas elektromagnetisch irgendwas was die elektrisches ist dann ist plötzlich nicht mehr richtig dann ist es nicht mehr nur so dass wir kein ez haben und kein hz haben sondern dann kann das plötzlich sein dass das auftaucht so das ist nämlich der unterschied zu dem was auf der anderen folie hatten da haben wir nämlich plötzlich hier warte mal so da haben wir nämlich hier das hz und das ez was parallel hier zur z richtung liegt also diese transversalität was wir eben hatten also die klassifizierung der elektromagnetischen welle nach transversal elektromagnetisch ist nicht mehr da wie sie an den formeln sehen die sie nicht auswendig können müssen macht es die ganze geschichte nicht einfacher das war ja vorher hier noch etwas besser erträglich und das ist es jetzt gar nicht mehr so was ist trotzdem das tolle an dieser geschichte ich möchte es nicht in die alle leitungstheorie von hohleitern und so weiter einsteigen das könnten wir jetzt ich werde gerne noch ein paar bilder dazu ich werde ein paar bilder dazu zeigen ich werde aber nicht einzeln alles ausrechnen weil ich nicht glaube dass sie das im praktischen leben brauchen sie brauchen natürlich so ein bisschen begriff davon wie kann man damit umgehen was bedeutet das eigentlich wie sehen die wellen da aus und das möchte ich eigentlich erreichen so man kann zeigen dass es wenn sie tatsächlich so als sonne transversal so eine so eine nicht dem welle berechnen wollen dann reicht es wenn sie sich die eine feld komponente und zwar die eine feld komponente die ich hier rot eingekreist habe wenn sie sich die angucken und die ausrechnen folgen alle anderen daraus so das kann einen jetzt entspannen oder es kann einem auch eigentlich gar nichts helfen weil man noch nicht mal weiß wenn man diese eine komponente ausrechnet nehmt es erstmal als entspannung so dann kann man die lösungen die sich für sonnen dieses gesamte feldbild ergeben in zwei teile aufteilen nämlich einmal in den transversal elektrischen teil und einmal in den transversal magnetischen teil so was heißt das eigentlich im transversal elektrischen fall hat man keine elektrische feld komponente hier in der ausbreitungsrichtung so deswegen gibt es nur eine feld komponente des magnetischen feldes in der ausbreitungsrichtung und deswegen kann man das auch das ist ein anonym das h-feld nennen also entweder te transversal elektrisch heißt im prinzip so wie viel wie keine elektrische feld komponente in ausbreitungsrichtung oder magnetisches feld oder h-feld heißt das h-feld müssen uns angucken und die andere richtung kann man eben auch nehmen da wo nämlich genau das hier null ist das ist hier der fall und auch da kann man das schön einkringeln sieht das dann so aus so danach kann man jetzt eben mit diesen drei varianten seine felder alle klassifizieren einmal eben die transversal elektromagnetische welle die transversal elektrische und die transversal magnetische welle drei unterschiedliche sorten die auch unterschiedlich auftreten so die schönste einfachste und angenehmste und so ist eben die tm welle die hat noch viele andere schöne eigenschaften was zum beispiel die dispersion anbelangt oder so und so weiter nicht also sie hat eine sehr schön homogene gleichmäßige gruppengeschwindigkeit wenn man sich diese welle anguckt das haben die andere nicht die hängen mehr von den feldern und von den bedingungen drumherum ab also wenn man kann würde man die tm oder quasi tm welle nehmen aber man kann nicht immer also wenn wir die wahl hätten würden wir bei tm bleiben und haken dran leider geht das nicht gucken wir uns mal solche und jetzt kommen wir so ein bisschen in die leitung und ich würde fast sagen wir machen jetzt eine halbe stunde pause auf